4, 3, 2, 1 und jetzt geht es mit den 5 Kilometern beim RBB Ruhrautenlauf in der 25. Laufzeit. Ja, auf der Vergissungsstrecke ist nun der Start etwas in Abstand zu unserer Ziellinie. So, gehen Sie jetzt hier auf die ersten, langsam an 250, 300 Meter RBB Ruhrautenlauf in der 251 Stadion, bevor Sie dann dieses...